Hallo Millionenpublikum! Das ist eigentlich das Tourtagebuch von El Silvador. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo er ist. Vermutlich ist er gerade wieder auf dem Dixieland unten. Nein, ist er nicht! Guten Morgen, hier ist der Elsie und das ist mein Tourtagebuch. Es fängt an in... Wie heißt denn der Ort? Sag ich gleich. Ja, aber jetzt sind wir ja eh noch unterwegs. Auf einem Rastplatz. Stimmt, wie heißt nochmal der Ort, wo wir jetzt hinfahren? Waldböe bei Schafflund. Genau! Und das ist mein Tourtagebuch. Hallo! Guten Morgen! Ich habe noch ganz viel Schlaf in den Augen. Oh, das blühende Leben! Das sieht doch gar nicht so schlimm aus, oder? Nein, du siehst! Meine Einführungen sind immer gut! Meine Damen und Herren, wir sind heute hier versammelt, um gemeinsam mit El Silvador eine kleine Kostprobe von... ... diesen... ... den Daziendemann. Ja, weil es ist jetzt 12.30 Uhr, wir sind beim Festival angekommen und es stürmt. Sieht ja super aus! Sag ich mal, Enter Sandemann! Nicht gut! Könnte schwierig werden, mit dem auf der Bühne spielen. Mal schauen. Ich habe noch keinen Plan. Ich habe ja andere Sorgen. Ich muss gucken, wo ich noch eine Unterhose herkriege. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder ich trage die, die ich jetzt an habe, länger. Zweite Möglichkeit ist, ich brauche mir von den Kollegen eine. Vielleicht kriege ich sogar eine frische. Dritte Möglichkeit, ich renne einfach den Rest der Zeit ohne Unterhose um. Oder vierte Möglichkeit, ich wasche sie in der Dusche und föne sie trocken. Wenn ich irgendwo einen Föhn herkriege. Was? Dass es eklig ist, wenn ihr euch dauernde Mutter und Nase filmt. Das ist gar nicht, was sie hat. Ich denke jetzt, gib ihm keine Kopfnuss. Nein, Frank, nein, gib ihm keine Kopfnuss. Ich gar nicht. Der Titel spielt bei WoW immer einen Schurken. Und er ist ein Camper. WoW-Zocker von euch wissen, was ein Camper ist. Hast du die Challenges schon mal gemacht? Nee, was macht man da? Challenge. Okay. Okay. Und? Ist schwer. Wenn wir alle auf einer einsamen Insel wären, wen glaubt ihr, würden wir zuerst essen von uns? Das haben wir gerade schon durchdiskutiert. Aber ich bin jetzt im Backstage. Bin ich gerade durch die Tür hier reingekommen. Ah, hallo. Hi. Ja, und sehr gemütlich hier. Und hier ist alles, was wir brauchen. So, wir haben. So. Schleppt man hier die Mädels ab. Wahnsinn. Mein Bühnen-Outfit für heute? Das gab's nicht in deiner Größe. Fuck you. Das ist der neue Schlabber-Look. Andersrum macht mehr Sinn. Boah. So, Freunde. Jetzt geht's los hier. Es ist kurz vor Soundcheck. Ich muss in fünf bis sechs Minuten meine Instrumente anspielen. Und, äh, was machst du? Ey, Sama, du Spass! Na, Wasser. Ja, würd ich auch sagen. Der Letzte, der's wieder verkackt hat. zum Tag. Der war. Hahahaha Dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada-dada. Lion sleep tonight. Hahahaha Super! Super. So, dann machen wir uns mal fertig für die show. Es geht nämlich gleich los. Das ist meine Drehleuer! Das ist die Drehleuer! Ich bin da blau oder was? Ja, war doch schön, oder? Das ist die Drehleuer! Winke winke Walzböe! Aber alles hat ein gutes Ende. Ich nehme meinen Abschied wahr, dass ich auf die Bühne gegangen bin und gesagt habe Tschüss Wassenberg und alle gewunken haben Ja, nee, wir sind ja hier nicht in Wassenberg, wir sind hier in Wallensböhl. Lieber nach oben zieht, weil es oben zieht, witzig, ja, nee, er mag nicht unten, ich weiß gar nicht wieso, es ist super toll hier. Ich würde gerne hier ein bisschen mehr Licht machen, aber naja, geht halt gerade nicht, weil wir halten. Wenn du noch weiter hier unten wohnen willst, dann werden wir die Fresse zu halten, ernsthaft.